Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich habe mir gerade eine keringe Gemüsebrühe gemacht. Was war das? Ich habe ein riesen Ding in meiner Hunde. Was denkst du? Ich habe ein riesen Ding in meiner Hunde. Sö, Schülli, so ein großes Schnäuzchen hast du doch gar nicht! Wie wirst du das denn alles mitkriegen? Wo wirst du überhaupt damit hin? Schülli, 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 guck doch mal hierher! Schülli, guck doch mal in die Kamera hier! Ich muss ja... Schülli! Hä? Oh, ihr seid nur so zwei hier, du! Oh, so ein großer Büschel! Ein bisschen ist er größer als du! Kannst du dich ja mitzudecken! Oh, Mann! Oh, Mann! Man wollte jetzt aus dem Wohnzimmer hier einen Schuppen machen oder wie eine Scheune? Eine Heuscheune? Hm? Froschen hat ja auch vorhin gerade alles hier sauber gemacht! Aber man froschen ja auch gerne, ne? Ich kann das jetzt nicht, äh... Ich glaub das nicht... Könny, du könntest gar nichts mehr sehen! Du kannst doch gar nichts mehr sehen, mein Schatz. Hä? Oh, Feinchen. Fein. Willst du mir jetzt den Haufen bringen? Hm? Wie fein, siehst du? Das ist das erste Mal, dass du bei Freilauf sammelst. Hm? Jetzt wollt ihr beide tauschen, oder was hat ihr vor? Hm? Was habt ihr denn jetzt vor, hier? Hm? Wo wollt ihr denn jetzt damit hin? Was habt ihr denn jetzt vor damit? Wo wollt ihr denn jetzt damit hin, hier? Was habt ihr denn jetzt vor? Hm? Was wird das jetzt? Du kannst dann gucken und gucken, nein. Ich weiß, wer der Wichsel ist und wacke soll ich die ganze Welt erfahren. Der Wichsel ist niemand anderer als... Oh, und jetzt geht er damit spazieren, ja. Ja, Feinchen. Fein. Hey, was denn jetzt? Jetzt erkennt ihr beide euch nicht mehr hier, wa? Du musst mich niemals sehen, aber ich... Was soll das denn jetzt werden, Nia? Was wird das denn jetzt hier? Weißt du, ich bin überall am Nirgendwo. Nee. Tony, die Decke könntest du jetzt nicht mitnehmen, hier. Krieg ich ja hier alles gar nicht gefilmt, hier, du. Hm? Ich bin überall am Nirgendwo, ich bin überall am Nirgendwo, ich bin überall am Nirgendwo. Ich bin überall am Nirgendwo. Klar, na, Heuhose. Andere haben gerade doch gesagt. Noch mehr sammeln, Shirley. Noch mehr sammeln. Und du, Curly, was hast du jetzt vor? Hm? Was denn jetzt, Curly? Hm? Wo ist dein Nest? Wo ist dein Nestchen? Wo ist dein Nestchen? Nee. Hm. m Wo wird das denn mit dem bevor ich ihnen mal eben kommen und ein bisschen helfen Wenn ihr mich denn mal durchlasst? Soll ich aufhalten? Komm ja, ich halte auf. Da kannst du unter. Ja, da kannst du unter. Ja, kannst du unterbringen, mein Schatz. Die zweite Gorge mit Stroh und Heu. Dann brauche ich ihm wieder gut was zu rein. Ja, komm her. Komm her. Was will ich jetzt hier? Ja, hast du abgegeben? Ja, komm, hopp. Ja, fein. Ja, bring dir unter, mein Schatz. Das ist doch dein Netz. Hast du doch schon angefangen. Hm, soll ich aufhalten? Komm her, ich halte auf. So, jetzt kannst du da reinkrabbeln. Ja, komm, bring rein. Riech rein, mein Schatzi. Riech doch erst mal ab. Riech doch, ups, Saladuf. Äh, du lässt doch alles fallen hier. Ja. Du lässt doch alles fallen, mein Schatz. Das kannst du doch alles gar nicht halten, hm? Riech ab. Ja, fein. So, hm? Guck mal, jetzt legen wir alles hier hin, guck. Jetzt legen wir alles hier hin für dein Netz hier, ne? Ja, Schatzi, das hat euch jetzt beides hier gar nicht gefilmt, hier. Hm? Komm, ja, das stopfen wir alles hier so hin. Guck mal, da. Da kann man das hier tun. Da kannst du das denn erst mal unterpacken und verteilen. Ne? Wollt ihr wieder was holen? Willst du wieder was holen? Und damit erst mal das auf den Boden aufhören. Ja. Ja. Ja.